Heute mit Hussein aka H-Pro37 Ähm, wir spielen bisschen Black Ops mal wieder nach irgendwie voll langem Oh Jungs, das heißt, ich mach nicht von hinten Egal Was? Als ob da keine Als Jungs, ne, wie er mich durch die Wand geholt hat Jungs, ne, diese Teammates, ne Ja, wie mein Freund schon gesagt hat Wir werden für ihn jetzt das Dreier-Paket fertig machen Damit er Vielleicht nochmal so eine Kranke Waffe zieht Wie die Peacekeeper Da ist noch einer Hussein Okay, komm, komm Packst du Äh, ich tat ja auch ein Tempest-Short Na, er holt mich mit der M16, ne Oder welche Waffe war das? Jungs, ich werd jetzt so abpacken und mit der Brett hier spielen, Alter Oh mein Gott, wie schlecht bin ich Doch, mit 20er Brett Sie geht eigentlich schon Hä, was? Wie? Warum hol ich keine Kills, Jungs? Ne, ihr habt's grad gesehen Ey, wie hol ich keine Kills Ich bin jetzt mit der Argus da Mit dieser Argus von Tivo Blackops gemacht hat Lol Ne, ne, ne Oh, ich sag grad, wer ist ein Gegner Ah, da sind zwei Leute Ich kann nix machen auf Long Range Das sind drei, vier Leute in der Mitte Ey, Jungs, wenn ihr seht Ich bin mit der Form von mir einfach Besser wie mit der Ey, was? Das waren von mir Gegner Die doch noch grönen Sollte ich jetzt einen Kill gemacht Jungs, ich seh so positiv Äh, negativ Ich suche schon nach Rücken, aber ich fühl keine Ja, ich spiel vielleicht im Koffen So was von Was? Vielleicht Jungs, ihr habt's grad gesehen Mein PS4-Controller Akku ist einfach leer Ey, Jungs, mein Akku war einfach leer Warte, ich spiel mit Koffen und mit der Bich Wer hat's weiß, Gegner oder wir Oh, geht das vorhin da Er holt mich so kurz vor Strix, Jungs, ihr habt's gesehen Ja, okay, jetzt fühl ich mit der Gorgon Ja, was? Hey, guck, hast du zwölf sicht? Ja Jungs, wir machen, ich glaub, zwei, drei Runden für das Video heute Kommt drauf an Auf jeden Fall Diese Runden Nicht so lang So 25 20, 25 Minuten Also diese Runde ging ja schon mal klar, ne Also bisschen zwölf, 16, 17 ist das Beste, aber Die ging schon klar So, man Und man ist ja gar nicht schlecht So Wenn ihr mich manchmal nicht hört Weil mein Controller kalt Oh, wieder Newton auf jeden Fall Warte, dann wird es noch was Start 1, 2, 3 Doch, hier Ja, doch Die Pumper ist weg Jungs, ne Wenn ihr mal irgendwie viele Crits machen wollt Und ihr grad bei Outnipton spielt Macht euch einfach ne Gorgon, Klasse Seid einfach mal so Seid einfach mal so ein richtiger Ostaser Nein, lass drinbleiben Lass mal kurz gucken Ja, drinbleiben Das ist Das drin Ja, okay Ja, die ist gut Nein, die ist schlecht Wir haben absolut Ja, wir haben absolut die schlechteren Leute bekommen Wir werden nachgedäumt, Leute Das heißt nichts Das heißt Nichts Gutes Unterglücklich Junge, und diese Craves Echt? Aber diese Craves, diese Craves, ne Die werden so rasieren Die sind locker gut Oh, dieser Herr Meier bestimmt auch Aktiver Jojo, Digga Guck mal bei dem Gegner Aktiver Jojo, Alter Oh, diese Teams, lol Alter Das ist richtig fair Die werden da halt alle sowas von oben kämpfen, ne Die werden da halt alle sowas von oben kämpfen, ne Ich bin die Craves, Alter Ey, Jungs, ne Die werden da mit Der wollte mir Ton umgeben Alter, diese Craves, ne Die machen grad schon gut, Kehl Guck mal, der hat schon Ton, ey Nein, Jungs Ich war so gut, ne Ich kann sowas von das Schicks Gott, nein Ich werde einfach nach, Jungs Belastend Leute, er ist einfach gestorben Ich war richtig wundervoll Lol, das ist einfach ein Gegner Oh, der Erkastung ist Das ist einfach gestorben Wir haben uns nur die Hips, Alter Man muss ja in der Küchen ist nicht Es sind absolut nur noch zwei Gegner im Team Nein, ich kann sowas von oben kämpfen Oh, ich kann sowas von oben geht Das ist einfach so weit Ich kann sowas von oben Ich kann sowas von oben Ich kann sowas von oben Ich bin der Fall. Ja! Lol, der wurde er von dir, dass ich meine Fresse hier bin. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Lol, ich bin der Fall. Wie kann man bei solchen Gegnern sterben? Loll, die sind da zu dritt, die sind da einfach zu dritt, oh mein Gott, wir haben Hater, lol, wir haben sowas von gewonnen. Graves, Alter, Graves geht so auf die Luke, aber er wird die nicht schaffen, weil er schon nicht so. Joa, wie geht's so sücht im Spawnsett, was soll man da machen halt? Oh, Trippel. Joa, Joa, Maxi Freak, Alter, äh Frank, Alter, der hat sowas von... Ah, ich seh'n alle. Ich glaub auch, nein, ich glaub nicht, dass er das schafft. Lass machen, wenn dieser obere Graves nicht in unserem Team ist, dann das Leften. Joa, ich guck halt die ganze Zeit nur auf die Karte, ne? Ja, aber dann kommen halt, wenn die Gegner halt kommen, dann... Nein, der wurde geholt vor meiner Fresse! Die waren halt echt alle Kills. Nein, was?! Ich pushte jetzt nie wieder zu denen hier im Spawn, ne? Ja, Jungs, ne, diese Lobby, die war so easy. Ich könnt eigentlich mehr Kills machen, aber... Digga, die war... Immer wenn ich zu denen... Spawn gepusht bin, da waren 20 Leute. Ich nehm, glaub ich, jetzt schon 15 Minuten auf, oder? Oder 20. Also, ja, Jungs, das ist die letzte Runde für heute. Ja. Das Rennen dauert halt übelst lang. Das dauert irgendwie 20 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt oder später aufhören soll. Was sagst du, wie 10? Also, wenn ich jetzt noch aufhören, dann braucht es locker 30 Minuten oder 20 Minuten zum Rendern. Ja, schneidest du heute, schneidest du heute? Weiß ich nicht. Ja, höchstwahrscheinlich schon, oder? Ja, höchstwahrscheinlich schon, oder? Ja, höchstwahrscheinlich, okay. Ey, wird mehr leftet wie leftet jetzt. Höchstwahr, du weißt doch, du bist ja gestern geläftet, gell? Ja. Aus... Aus der Party, ne? Immer noch die Lobby. Jungs, diese Lobby. Disney, man, perfekte Lobby. Diese. Ich hab... Ich war ja im Solo-Runde, gell? Ja. Ich hab mit dir ein Quiz gewonnen. Ich schwör. Ich hab sogar ein Foto gemacht. Wir haben auch so geredet, Jungs, ne? Wir haben auch so geredet. Ja, man gewöhnt sich da richtig dran, so zweiter, dritter Platz zu werden. Ich hatte halt übelst ne Highgrounds. Ich hatte zu ununglück. Der letzte, der war richtig... Der, der hatte... Der hatte richtig unglück. Oh, diese Gegner. Und dann hab ich den halt... Ich konnte den einfach easy holen. Und dann hab ich die Runde gewonnen. Du musst auch die Flex aufpassen. Das... Ist eigentlich sind diese... Graves wieder bei uns im Team. Nein, die sind nicht geläftet. Ich hab mal so einen Lack gesehen. I thought I'd say mit den, äh... Peacekeeper. Dein Freund dieser, die Pizza hat's ja auch geschafft, Alter. Gerne. Nein, der hat ja auch auf den 3. Wenn wir dann auch den Drams hier haben. Ach so. Freunde, ne? Ich hab schon fast alle Scheiß-Locken bekommen. AK-74O. Wel, die? Die ist doch nicht scheiße. Was? AK-74O. Aber die... Die beste ist diese... MXC oder wie die heißt. Ey, ich geh so auf die Nuke, ne? Bei dieser Lobby. Ich werd's eh nicht schaffen, aber ich versuch's. Was? Was? Oh mein Gott. Der hat endlich mal etwas falsch verdient. Boah, Jungs. Dieses Aim. So schlecht einfach. Ja. Wenn ich Geist erreiche, das reicht mir schon. Ich scheiß auf den Nuke, Alter. Wie erspürt man den Nuke, Alter? Campen oder was? Was? Ich brüch' die ganze Zeit in die Mitte, aber ich werd' die ganze Zeit geholt. Egal, ich spiel jetzt Gorgon. Mit der erreiche ich dieses Wegs. Nein! Er kommt von... Er spielt auch Gorgon. Ah, ne. Er spielt Dingo. First. Gib mir mal Kills, Alter. Jungs, ich bin jetzt sorry, dass ich hier kämpfe. Ey! Double. Von hinten. Nein, doch nicht. Ja. Stirb. Nein, was? Er kämpft sowas von mit mir. Ja, ich hab' keinen Bock mehr auf Campen. Ich geh' jetzt wieder rein. Das ist langweilig. Die sind da zu zweit. Ich hab' nicht getestet. Wie viel Schluck' ich die alle, Digga? Ich schluck' die glaube' ich mehr wie Katja. Ich hab' ja gesehen. Ja. Was geht ab? Ja moin. Nein, ich will es nicht tun. Gib mir mal bitte noch einen Kill. Boah, Digga! Das war eine Million Geld, ne? Ich habe sie alle geholt, ne? Außer den letzten. Nein, ich habe sie in den positiven Formen. No way Hey, I have one bullet I won't pull it Er war so rot Hier sind sowas von einem Was? Ich hab ein Falscher denn Double Nein Ich mach sowas von die ganze Zeit So die Double Triple Kills Und danach werd ich so von der Seite geholt Ich hab ein Falscher Das war so easy gegen die. Ja. Nein, langer Lauf war ich nicht durch, ich hatte das schon drin, aber Schnellfeuer habe ich jetzt. Was, ich bin sogar auf Platz 3. Ja. Jungs eröffnet sein 3er jetzt im Video, Jungs, eröffnet sein 3er im Video. Jungs, eröffnet sie jetzt. PPS, PPS habe ich krass, PPS habe ich einfach krass. Eins von den beiden halt. Ich stelle dir vor du ziehst, ich stelle dir vor du ziehst jetzt so eine Sniper. Jungs, eröffnet jetzt sein 3er-Paket, hier jetzt sein 3er. Ja, eröffnet die mal. Öffnest du? Schießt du jetzt? Jungs, eröffnet sie jetzt. Oh, Sturm ist geil. Jetzt komm. Öffne die Waffen. Okay. Jungs, bei mir steht immer bei der Kampagne noch 2 Visitenkarten, aber ich finde die irgendwie nicht. Könnt ihr mir da irgendwie helfen? Oh, let's go. Bitte, ich... Nein, oder? Die ist voll schlecht, ich hab die auch. Okay, Jungs, das war's mit dem Video. Abonniert